Hallöchen liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Beyond. Ja, nach einer Klappen, Knappen, Klappen, Knappen, Sprachfehler 1, 2, 3. Knappen Woche Pause machen wir direkt weiter. Ich bin gerade gar nicht mehr so sicher, wo wir weitermachen wollen. Machen wir die Burger weiter oder machen wir was anderes? Ich denke mal, wir werden die Burger weitermachen. Aus einem einfachen Grund, weil wir hier im Prinzip jetzt schon fast durch sind. Ja, einmal nach Hause. Komm, spiel. Danke. Machen wir folgendes. Wir bauen mal unsere Wutmock-Find Tier 1 ab. Die nehmen wir mit drüber. Ich werde dann hier offscreen eine neue craften. Wir lassen auch mal alles mit hier. Und dann brauche ich... Okay, der Passwort Controller ist schon gut drauf. Einmal zu unserem Mac-B. Gut, ich hätte gern, dass das System mal wieder ausgeht. Leck um mir, ey. Geht das nicht? Warum hakt das? Verstehe ich nicht. So, wir brauchen den... Ich glaube, das war das Teil. Und das ist das, ja. So, dann möchte ich die Fahnen bitte hier in die Ecke haben. Mal schauen. Du bist... Du bist hier 1. Das heißt, da kann noch ein Block hier rüber. Dann ein Block weiter an die Wand. Genau. Dann haben wir den nämlich schön in der Ecke drin. Und wir können das ganz... Okay. Aufbauen. Aber im Fliegen geht das ganz einfacher. Weiter auch schon einmal. Und da braucht nichts zu suchen. Ups, sehr zu viel. Mal wo auch nichts zu kriegen, oder? So. Dann kommt noch eine graue hin. Oh, fehlt mir tatsächlich ein roter. So. Dann kommen die da hin. Dann kommen wir uns jetzt kurz runter. Genau. Da können wir das nämlich dem Winterbärchen gleich von anschließen. Warte mal hier sogar noch. So. Dann noch eine. Jetzt hab ich was vergessen. Ach, der muss ein hin. Okay. Aha. Und außerdem habe ich diesen einen grauen Block hier. Vergessen. Der da hin. Der da hin. Und dann ist das Ganze komplett. der das Ganze sieht. Ähm. Zack. 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 Dann hänge ich unsere Anschlüsse hier unten. Dann möchte ich hier die Baule zahlen. Strom machen wir von unten, Anschlüsse für die Barrels machen wir von hier. Machen wir das jetzt gar nicht ganz so kompliziert. Wir machen die Upgrades von hier alle mit. Wir machen auch mit, was xp Upgrade ist. Wir machen das, was wir machen. So, was haben wir denn hier, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Ok, dann verwendet sich das nicht. Geht das auf dem Tier nicht? Könnte natürlich doch etwas möglich sein. Ja, die Tee brauche ich dann hier glaube ich nicht, das lassen wir mal weg. Und ein Lux Point, den ich noch habe, natürlich nicht mehr. Ich glaube da kommen nur zwei Sorten Items raus. Ausprobieren. Eine Just testen, was wir alles effektiv rauskriegen. Und den Schutz Point für etwas Strom. So. Dann, wir haben da mit dran. Da drückt der Rest direkt in die Kiste. Da drückt der Rest direkt in die Kiste. Dann kommen wir jetzt zwei Items rauskriegen. Aber wie habe ich das denn? Achso, ja, können wir es ja einfach so machen. Ganz einfach. So. Ein Barrel da, ein Barrel da. So, schön mit dem Upgrade gefüttert. Unsere Standardeinstellung gemacht. So. So. Und. Extract. Und Extract all theasted. Mathilde. Das müsste er jetzt glaube ich genau. Perfekt. ist wenn er mich hier Okay, gut, dass die Abwärts nicht geben, das ärgert mich so ein klein bisschen. Aber es kommt ja trotzdem alles ganz gut rein. Guck, ob wir etwas haben. Na, wieder rein. Und dann denke ich mal, haben wir auch das geschafft? Wir gucken uns die Bürger nochmal an. Also, wir haben Salz in Herstellung, Milch in Herstellung. Das heißt, der nächste Schritt wäre Käse herzustellen. Kein Problem, haben wir. Wir haben Weizen in Herstellung, da können wir Brot mit im nächsten Schritt herstellen. Damit können wir Toast herstellen. Auch kein Problem. Wir haben das Beef. Das heißt, wir könnten in der nächsten Folge mit ein paar Craftern auf jeden Fall unsere Bagger fertig machen. Ähm, wir paint die Barrel jetzt gleich hier noch. Zack, 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 zack. Und damit würde ich sagen... Danke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Erste Folge seit etwas mehr als einer Woche, glaube ich. Wenn ja, würde ich sagen, lassen wir ein Däumchen da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao und tschüss.